Der kleine Klaus möchte bitte aus dem Spielparadies und von diesem Pyrovilli LP abgeholt werden. Ab jetzt ist es nämlich ab 18 Jahren, also bitte weg Submen entsprechend und für den Rest viel Spaß beim LP. Ciao. Hintereingang, jetzt wenn man es mal mit dem Hinterklatz. Es ist auch schon gemein, jemanden ein zweites Arschloch zu schießen, aber wenn... Ich hoffe, die kleine hält durch. Ich meine, was tun wir, wenn sie ins Gras beißt? Was wir denn tun werden? Wir sterben, Grey. Sie ist unsere einzige Verbindung zu Gerano und unsere einzige Hoffnung auf Rettung. Ah, schon verstanden. Hochzugmusik. Bitte besuchen Sie unsere Ernteilung im Untergeschoss. 20% auf alle Waffen. So, yeah. Ladungen für die Sniper. So, ziemlich das Geilste hier, was es da gerade gibt. Das macht mir hier richtig schön Bomben. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Also, keine Echos. Hier ist die Befehlshabende. Ich werde überrannt. Für Evakuierung zur Tyrannos Position vorrücken. Keine Rettungsversuche. Zahl der Gegner geht in die Hunderte. Gott, sie kommen zurück. Ich erwarte eine hübsche Trauerfeier. Na klar, Schnucki. Und du kriegst die Flagge von deinem Heimann. Dankt. Na los, wir müssen weiter. Spädchen kriegst du oben drauf als kleine Sonneleiste. Launchmusik. Co. Ben, das war so. Er ist einfach nicht anstecken, oder? Er ist einfach nicht anstecken. Er ist einfach nicht anstecken. Durch die Siegge von der Tache. Ach, nein, ganz viel in die Siegge von der Swohne. Und da kann der Spiker die Siegge von der Swohne aus. Oder? Angeln, ja? Er ist einfach nicht anstecken. Na klar, Schlauhen und dann? Aber es scheitbar. Na klar, Schlauhen und dann? Weg nirg! Na komm! So, das ist. das zeug hier unfassbar das rezept können die gerne behalten das signal wird stärker unser ziel ist in der nähe schalte den kampfmodus gleich wird es heiß auf geht's dritter kapitel 2 was für eine scheiße sie ist hier es ist Ah, wir sind weg nur reingerannt! Du benutzst die Camstorm, bevor ich wieder raus! Jetzt ein Peitschner vorbei! Jetzt ein Peitschner vorbei! So! Ja, so! Die Klinge von da! Es gibt gerade die Klinge! Das ist auch gut! Das ist so ein Reiker! Der Teich und die Klinge von da! Das ist alles auf dem Weg! Sieht die Klinge von da! Die Klinge von da! Sieht die Klinge von da! Das ist ein Reiker von da! Wie ist das? Das ist ein Reiker von da! Ich kann keine Klinge von da! Da geht's los! Oh Gott, das ist eigentlich nur ein Sniper mit der Klappe zu sehen. Nein, keine Ahnung. Also dafür, dass wir hier im Hinterhalt waren, haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Aber die ganzen Munitionskosten, die gehen natürlich wirklich schon ziemlich... Boah, scheiße. Also ich gehe natürlich wirklich schon ziemlich in die Hülle. Und wenn man da nicht so arg fürmitte Skillshots machen konnte, oder zumindest ich jetzt nicht rausholen konnte, besser gesagt. Mal gucken, ob wir erstmal hin. Hm, nö. Ah, süpisch. Los, komm! Uns bleibt nicht mehr viel Zeit! Das war gerade relativ teuer hier, der ganze Spaß. Also 500 für eine Detonation verbrutzelt und dann... ...Sniper-Schuss. Aber ich denke mal, die Hose hat sich gelohnt. Zumindest ein bisschen. So. Verwenden. Hallo? Okay. Doch. Auf die Gange. So. Oh, sieht gemütlich aus. Geht's! Ich habe den Hals eigentlich schon gespürt. Ich habe den Hals eigentlich gespürt. Ich habe den Hals mitgenommen. Ja! Ja! Provinzchen? Toaster! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! 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 Ein Wigskopf auf dem Weg zu den Engeln! Ja! 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 Wird ja nicht mitgebracht! Na! Ich glaube, dass wunderschön ist! Oh mein Gott. Geh auf! Das ist keine Ahnung von nichts, Punk! Aua! Ah, hast du meine sandste Berührung zum Victor! Jo? Ich hoffe, du hast es genossen. Wow, nicht schlecht. Ach, f*** dich! Weißt du, wer wir sind? Ihr selbstmörderischen Schwachköpfe habt uns gerammt! Ganz ruhig. Dad Echo, ihr abgefuckten Wichser seid ausgeflippt und habt 10.000 Männer, Frauen und Kinder umgebracht. 10.000 Unschuldige. Hast du gehört, Ishii? 5.000 mehr als beim letzten Mal. Was sollte das überhaupt? Ihr war total unterlegen. Warum habt ihr keinen Warpsprung gemacht? Wir hatten keine Wahl. Bei dem Kopfgeld auf uns. Mussten wir die Ulysses ausschalten bevor. Hey! Ganz ruhig. Lass uns reden. Wo wird er abgeholt? Willst du uns helfen? Hey! Lass den Scheiß! Wir wollen doch nur von diesen Felsen runter. Es ist viel zu gefährlich für dich allein, Schwester. Wir bringen dich zum Evakuierungspunkt. Du bringst uns hier weg. Ist doch fair. Ja. Aber wenn ihr mich nochmal anrührt, seid ihr tot! Los geht's! Aber ihr Arschen... Hey! Beholt dich wieder! Klar, wir können ihr nicht trauen. Aber wir brauchen sie lebend. Ich traue keinem von euch. Und ich werde jeden von euch abknallen, wenn ihr mich hintergeht. Also, wenn ich keine Ahnungung Plein war, bis zu wählen. Vielleicht cloud ich mir nicht picnic in die Erde, wenn mir etwas war! Daaean Sky dann kostet noch ein bisschen diezuflänger! Ja, wir müssen noch ausgel 53 alternativ binnenk막所以... Und davon ausgel travailler undHz hier nehmen. Nein, w nerf wurde wirklich richtig affirmiert. Jetzt aber in die Sundance, wir können auch in Österreich leben.